Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Serie Fragen zur Energiewende. In der letzten Ausgabe haben wir über Pläne der Stadtwerke zum Ausbau der Fernwärme in Jena gesprochen. Fast 100 Kilometer Fernwärmeleitung soll neu errichtet, zusätzliche Stadtgebiete erschlossen werden. Klar wurde aber auch, nicht das gesamte Stadtgebiet wird mit Fernwärme versorgt werden können. Bleibt also für alle anderen als umweltfreundliche Alternative fast nur das Heizen mit Wärmepumpen, also mit Strom. Wenn dann auch noch immer mehr Menschen mit Elektroautos fahren und auf ihren Dächern und Balkonen PV-Anlagen betreiben und Ökostrom ins Netz einspeisen, wird schnell klar, auf die Stromversorgung unserer Stadt kommen große Herausforderungen zu. Ob die Leitung und Anlagen dafür schon gerüstet sind, wo es eng werden könnte und wie die Pläne der Stadtwerke in diesem Bereich aussehen, besprechen wir heute mit Christian Dornack, dem Bereichsleiter Strategie bei den Stadtwerken Jena Netze. Ja, Herr Dornack, schön, dass Sie da sind. Hallo. Erstmal zum besseren Verständnis, weil Strom, Stromnetz ist ja wirklich eine komplizierte Geschichte. Vielleicht könnten Sie ja für die Zuschauer zum besseren Verständnis mal erklären, was für Anlagen gibt es in Jena, wie viele Anlagen gibt es und wie ist das Stromnetz in Jena aufgebaut? Die Stadtwerke Jena Netze versorgen über 100.000 Kunden in ihrem Versorgungsgebiet. Das ist Jena, das ist Pösning, das Hermsdorf, aber auch ein bisschen Landnetz. Darüber hinaus sind wir in der Planungsregion Ost, also in der 50 Hertz Regelzone beheimatet und wir bekommen unseren Strombedarf über die vorgelagerten Systeme der 50 Hertz und der TEN Thüringen Energienetze GmbH zur Verfügung gestellt, damit wir es in unserem Versorgungsgebiet verteilen können. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch in Jena? Oder vielleicht müsste man an der Stelle ja erst nochmal klären, was ist Leistung, was ist Arbeit und wie hoch ist der Stromverbrauch in Jena? Der Strombedarf am Beispiel der Stadt Jena beläuft sich über das gesamte Jahr um die 600 Gigawattstunden. Der Leistungsbedarf, der beträgt zwischen 80 und 90 Megawatt in der Stadt Jena. Leistungsbedarf heißt pro Sekunde, was gerade benötigt wird? Genau, zum Zeitpunkt des Bedarfes abgedeckt. Okay und aufs Jahr die Arbeit sind dann? Um die 600 Gigawattstunden. Okay und wo kommt der Strom her? Der Strom wird zum einen über die Großkraftwerke in der 50 Hertz Regelzone zur Verfügung gestellt, aber auch zunehmend über dezentrale Erzeugungsanheiten wie PV, Wind, Biogas, also dieses ganze Sammelsorium an Energieerzeugungsanlagen, die wir heute in Thüringen und in der Stadt und im Versorgungsgebiet zur Verfügung haben. Sie haben die regenerativen Energieerzeuger ja schon angesprochen. Die Energiewende bringt große Herausforderungen für das Netz mit. Welche sind das denn? Zum einen ist es die Transformation der Energieversorgung raus aus den fossilen Energien rein in dezentrale Energieversorgung, aber auch der Wandel in der Energieversorgung und dem Energiebedarf. Das heißt keine Erdgasheizung perspektivisch, dafür aber dann zunehmend Wärmepumpe oder Fernwärme. Und das im Einklang mit der Mobilität erfordert natürlich einen Ausbau der Netzinfrastruktur, um die Leistung, die zum Zeitpunkt des Bedarfs benötigt wird, auch übertragen zu können. Stand heute gehen wir davon aus, im Einklang mit der kommunalen Wärmeplanung und der Transformationsplanung der Fernwärme, dass sich der Leistungsbedarf verdoppeln oder verdreifachen wird. Also der Strombedarf oder Verbrauch, besser gesagt, wird also drastisch steigen müssen, wenn wir mal eine, ich weiß gar nicht, wie ist der korrekte Ausdruck, wovon er mal gesprochen wird, eine Stromgesellschaft oder? All Electric Society. All Electric Society, genau. Also das heißt, es wird automatisch zu höherem Verbrauch führen. Sind unsere jetzigen Netze überhaupt dazu in der Lage, das zu leisten? Stand heute nein. Wir haben natürlich Reserven. Diese Reserven sind aber nicht so groß ausgelegt, dass wir den kompletten Leistungsbedarf über die heutigen Stromnetze transportieren können. Und All Electric Society kann ein Ziel sein, wird aber trotzdem nicht ohne Moleküle vonstatten gehen. Also wir werden auch weiterhin andere Infrastrukturen brauchen, aber ein Großteil wird elektrisch werden. Wie sind da die Pläne der Stadtwerke Jena? Als Stadtwerke Jena schauen wir uns alle zwei Jahre, oder falsch, alle zwei Jahre veröffentlichen die Stadtwerke Jena Netze einen sogenannten Netzausbauplan. Das heißt, mit jedem Jahr bekommen wir eine höhere Qualität in der Aussage, wo geht die Reise hin in unserem Stromnetzausbau. Das ist veröffentlicht, v&w.digital.de, kann jeder das auch nachlesen. Dem liegen Szenarien zugrunde, die in der Planungsregion Ost gemeinsam mit anderen Versorgern erarbeitet werden. Was schätzen wir für einen Ladeinfrastrukturbedarf ein? Wie hoch sind die Wärmepumpenbedarfe? Wie sieht es mit der Industrie und dem Gewerbe aus? Was kommen wir denn an Einspeisern, PV, Wind auf uns zu? Und das alles in verschiedenen Szenarien führt zu einem Regionalszenario. Das ist dann die Basis für den Netzausbauplan. Und das wird alle zwei Jahre tonusmäßig novelliert und auch zur Verfügung gestellt und kann jeder nachlesen, ist ganz transparent veröffentlicht. Und unter dem regionalen Netzplan ist ja dann die kommunale Netzplanung, oder? Die kommunale Wärmeplanung ist ein Baustein für die Regionalszenarien. Das, was heute in der kommunalen Wärmeplanung vom Hamburg-Institut mit der Stadt Jena und uns als Stakeholder bearbeitet wird, geht in die Regionalszenarien ein. Und dieses Informationsgebilde ermöglicht es uns, einen Plan zu entwickeln, wo, wann, welche Infrastruktur ertüchtigt werden muss. Ich nehme mal an, dass nur dickere Kabel nicht die Lösung sein werden, sondern es wird auch um intelligente Lösungen gehen. Wie können die aussehen? Das ist das Steuern und Regeln von Anlagen. Zum einen bei der Einspeisung, aber auch im Bedarf. Wohl wissentlich, wenn wir steuern, ist das nur ein temporärer Effekt. Natürlich werden wir dann wieder ausbauen. Also dieser Zeitpunkt Steuern und Netzausbau ist nicht eins zu eins, aber es kann helfen, Netzinfrastruktur nicht nur auszubauen, sondern auch optimal zu betreiben. Es geht nicht darum, ganz viel unter die Erde zu bringen, sondern es vernünftig und intelligent wirtschaftlich sinnvoll zu tun. Und gibt es da Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten? Ja, da gibt es viele Partner und auch Kooperationen zwischen den Netzbetreibern, auch mit Instituten, aber auch mit Herstellern von Rechensystemen, die uns es ermöglichen, zu identifizieren, wann ist eine Steuerung sinnvoll und notwendig und wo sind die Leistungsreserven schon heute da, um nicht ausbauen zu müssen. Das Ganze wird natürlich unfassbar viel Geld kosten, sowohl die Entwicklung von intelligenten Strategien und Lösungen und natürlich auch der Netzausbau. Können Sie jetzt schon abschätzen, wie hoch der Investitionsbedarf für das Gebiet Jena-Pösneck sein wird? Da gibt es Schätzungen. Tatsächlich für das gesamte Versorgungsgebiet, nicht nur für die Stadt Jena, wird es schon den mittleren dreistelligen Millionenbetrag betragen. Aber über eine Laufzeit von mehreren Jahrzehnten. Okay, und das wird sich dann über die Netzentgelte niederschlagen? Natürlich, das wird sich auf die Netzentgelte widerschlagen. Davon ist aber abhängig, wie viel Strom wird übertragen. Wie ist der Bedarf? Wir bezahlen ja, das Netzentgelte besteht ja auf Cent pro Kilowattstunde. Und je mehr natürlich durchtransportiert, umso spezifisch günstiger ist das Netznutzungsentgelt. Herr Donhack, vielen Dank für das interessante Gespräch. Liebe Zuschauer, wie wir jetzt in dieser Ausgabe und auch schon vorher oft gehört haben, bei der Energie- und Wärmewende hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und wie die Stadtwerke die verschiedenen Aspekte der Energiewende meistern wollen, das besprechen wir in der nächsten Ausgabe mit dem Geschäftsführer André Sack. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut.